Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist der Maximus, begrüße euch zu The Crew White Run und heute werden wir weitermachen mit The Summit und mal ein weiteres Event ausprobieren. Natürlich nicht mit den Bobby Golf, sondern, ja, werden wir mal gucken. Wir werden heute mal ein bisschen Dragster machen. Ich habe mal ein bisschen was ausprobiert, weil zum Anfang bin ich überhaupt nicht klar gekommen. Und, ja, wir müssen auf jeden Fall heute ein bisschen was agieren, weil wir haben den 29. und das Summit ist bald vorbei. Und da drüstet der Maximus hier auf den Event. Und wir schauen mal. Okay, wie gesagt, heute ist der 29. nur noch fast knapp vier Stunden und wir werden mal Dragster machen. Und wir werden mal gucken. Ich habe selbst noch kein Auto, weil, ja, ihr kennt es ja, das Geld fehlt. Und die Wagen doch sehr, sehr teuer sind. Und da heißt es fahren, fahren und nochmal fahren. Wir werden auf jeden Fall mit dem Nissan Skyline GTR mal eine Runde drehen. Ein, zwei Mal ausprobieren. Und zum Anfang werden wir erstmal die Reifen vorheizen. Und jetzt gleich los. Und starten. Und ja. Oh, oh. Nicht so gut, nicht so gut. Wir nehmen alles mit. Und jetzt werden wir ein bisschen bremsen und die Kurve nehmen. Nein. Oh. Nein. Gottes Willen. Nicht so gut gelaufen. Das Auto verhält sich saumäßig. Ja. Klasse. Na, richtig klasse. Irgendwie wird das Auto nicht so. Guckt euch den Wagen einfach mal an. Oh je, oh je, oh je. Nicht so gut. Das bedeutet Punktabzug. Jetzt aber nochmal. Wir haben noch zwei Versuche. Perfekt. Los. So. Bisschen hier rüber. Nicht, dass wir nochmal die Bordsteinkante nehmen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man zu viel Gas zum Anfang gibt, das ist dann... Komm rum, komm, komm. Nein. Ja. Doch noch irgendwie hingekriegt. Aber nicht optimal. Mal sehen, was das bedeutet an Zeit. Ich denke mal, meine eigene Bestzeit werde ich nicht geschlagen haben. Naja, ein paar Kratzer habe ich bekommen, aber... Auf jeden Fall bin ich besser. Aber meine Bestzeit habe ich nicht unterboten. Aber mit, ja, 0,27 kann ich erstmal leben. Ja. Schaltung, schlecht. Na gut. Auf jeden Fall können wir da noch ein bisschen was agieren. So, nochmal. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren reinschreiben, was für ein Auto ich vielleicht hier nehmen soll. Und perfekt. Perfekt. Ah, nur gut. Perfekt. Nichts auf die Bordsteinkante kommen. Komm, Maximus. Gib alles. Warum muss hier auch... Ah, komm rum. Und jetzt Schubrakete. Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Die Wand an. Wir werden das auf jeden Fall nochmal neu machen. Noch einmal. Den dritten Versuch. Schade. Das hätte durchaus besser sein können. Naja. Nochmal. Nochmal. Wir haben den Bonus. Nochmal. Franz. Ja, perfekt. Ja, perfekt. So, das war erstmal gar nicht mal so schlecht. Ich habe immer sonst beim Start komplett durchdrehen lassen. Und dadurch sind die Reifen doch sehr, sehr schnell runter gewesen. Und der lenkt jetzt. Und... Schubrakete. Gib alles. Komm. 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 Ja. Könnte durchaus besser gewesen sein. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, Mann. Ah, komm, komm. Scheiße, verdammt. Sagt man nicht. Aber ist egal. Wir haben es trotzdem geschafft. Ich denke mal, mit einem besseren Wagen, mit mehr Power und nicht das gegebene Fahrzeug, was wir hier haben, wäre es auf jeden Fall besser. Wir haben von Eventrang Abzug bekommen. Das macht aber nichts. Wir werden mal schauen, was wir jetzt noch agieren können. Und zwar ohne Rang, ohne Rang. Hm. Kuh ohne Rang. Das hatten wir ja mal, PvP-Event. Da hätte ich ja eigentlich auch mal wieder richtig Bock drauf. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ne. Ich würde an dieser Stelle einfach das Event mal beenden. Und wir machen mal so ein Schnell-Event. Und wir fahren auf die Straße. Wir teleportieren uns mal auf die Straße zurück. Und mal schauen, was wir hier für Events noch machen können. Hier, Schnell- und Blitzreise. Und gucken mal, was wir hier machen können. Herausforderung. Herausforderung. Gut. Ach, hier kann ich ein ganz kleines Rennen machen. Ah. Okay, okay, okay. Durch die Berge und dann wieder zurück. Das werden wir mal machen. Und wieder zurück. Ach, nee. Das will er so nicht. Ah. Warum will er das nicht machen? Hä? Ach so will er das. Ach, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ah, zurück. So. Ja, bin ich ein bisschen überfragt jetzt. Muss ich mich irgendwie nochmal die Tage angucken? Und mein schöner Golf hier. Kann ich hier noch irgendwas anderes machen? Was ist hier von Schnell? Das ist doch neu. Das hab ich auch noch nie gesehen. Ich versuch's mal durchzufahren. Geht doch nicht. Ja, trotzdem. Ich werde hier an dieser Stelle einfach mal einen Cut machen. Und ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Ich werde auf nächstes oder beim nächsten Mal nochmal die Monster Trucks nehmen. Und dann haben wir ja das Größte an den Events erstmal so abgehandelt. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ja, Rube geht auch. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020